So, wir wollen kurz einen Blick auf Pocket werfen. Hieß früher mal Read it later und macht genau das. Das ist ein Dienst, ein Webdienst, der auch eine iPhone- und eine iPad-Applikation anbietet. Seit neuestem auch eine Mac-Anwendung, in der Links und Artikel gesammelt werden können, die sich später lesen lassen. Wir haben jetzt hier mal die Pocket-Webseite auf. Das ist quasi unser Artikel-Archiv. Das ist jetzt gerade erstmal leer. Und wir wollen mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich habe hier die Website der Zeit auf. Ich werde mir mal den CSU-Artikel anklicken. Soweit die ganze Sache geladen ist, kann ich, wenn ich möchte, hier oben auf mein Lesezeichen tippen. Das heißt Save to Pocket. Wenn ich hier raufdrücke, brauche ich eine Sekunde und hat mir den Artikel jetzt gespeichert. Das macht Sinn, wenn ich meinetwegen auf der Arbeit bin, mir den ganzen Tag hier Artikel klicke und dann ein schönes Leserepertoire habe, was ich auf dem Pendelweg nach Hause dann in der Bahn verschlingen kann. Weil man sollte ja gerade die langen Zeitartikel vielleicht nicht unbedingt am Arbeitsplatz lesen. Wie gesagt, wir haben hier so einen Link, da können wir raufklicken und uns die ganzen Sachen speichern. Gucken wir uns mal an, wie die ganze Geschichte dann auf dem iPad aussieht. Das iPad haben wir hier. Da habe ich jetzt gerade den Browser auf. Den verlasse ich mal und wähle hier die Pocket-Applikation aus. Dann sollte sich die Sache eigentlich synchronisieren und uns den Artikel, da ist er, den wir gerade gespeichert haben, anzeigen. Das ist dann quasi die Idee. Ich habe mir jetzt tagsüber meine Artikel zusammengeklickt und habe jetzt hier die Pocket-Ansicht. Ich kann sagen, oh ja, jetzt habe ich Zeit für den CSU-Artikel. Tippt da rauf und kriegt ihn ihr in so einer schönen, lesefreundlichen Übersicht angezeigt. Ich springe hier mal wieder zurück. Das Speichern funktioniert natürlich auch auf dem iPad. Ich gehe hier mal wieder raus, öffne den Safari-Browser und bin jetzt, wie gesagt, auf der Süddeutschen. Auch hier habe ich den Artikel über die CSU auf, werde ich mal noch komplett anzeigen lassen und werde auch den süddeutschen Artikel in meinem Pocket-Archiv speichern. Da werde ich die Links hier abgleichen lassen mit dem Mac, habe ich hier den gleichen Link. Da kann ich einfach auf Save to Pocket drücken und auch hier sichert er die Seite dann wieder ab. Ich könnte jetzt noch Schlagwörter hinzufügen. Mache ich erstmal nicht, weil ich nicht so viele Sachen in meinem Archiv drin habe. Wir haben es jetzt auf dem iPad gesehen und das Sichern von Seiten nach Pocket auf dem Mac. Jetzt wollen wir uns das mal anschauen, wie es aussieht mit der neuen Mac-Anwendung. Die ist, wie gesagt, gerade veröffentlicht worden. Die sieht so aus. Und das ist jetzt quasi so ein kleiner Browser, der einfach nur für die Artikel da ist, die ihr euch in eurem Pocket-Archiv gesammelt habt. Auch hier kann man sich dann die einzelnen Artikel wieder anklicken, durchlesen, verschlagworten, wenn man möchte, die Schriftart hier noch einstellen, größer machen und hat dann quasi das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Die Pocket-iPad-Applikation, mit der sich die Artikel auf dem iPad lesen lassen. Die Pocket-Web-Anwendung, mit der man die Artikel im Browser lesen kann. Und jetzt neu die kostenlose Pocket-Desktop-Anwendung, mit der die gespeicherten Artikel dann halt auf dem Desktop gelesen und auch durchsucht werden können. Wirklich eine sehr angenehme Sache. Wir können ja hier mal suchen nach Strepp, meinetwegen. Strepp. Zack. Und jetzt hat er uns die beiden Artikel angezeigt, weil in beiden das natürlich drinne vorkommt. Das war vielleicht ein bisschen schlecht. Ich suche mal nach Zeit und kriege dann nur den einen Artikel hier angezeigt. Also das macht dann später mal Sinn, wenn man ganz viele Artikel hat und will jetzt den nochmal zum syrischen Luftangriff auf Homs lesen. Dann kann man hier unten nach Homs suchen und sollte dann auch nur die Artikel angezeigt bekommen, in denen das drinne vorgekommen ist. Wie gesagt, die Pocket-Desktop-Anwendung. Sehr nette Geschichte für den Mac. Kostenlos, passend zum Pocket-Account auf den mobilen Geräten. Synchronisiert sich alles, sieht gut aus. Auf jeden Fall eine Empfehlung, zumindest zum Testen. Vielen Dank fürs Zuschauen.